Machen wir gleich. Jetzt gucken wir mal erstmal gerade. Das ist fertig. Wie weit sind die drei? Gut, die neun packen wir jetzt schon mal da rein. So, wir brauchen achtmal Compressed Sand. Okay. Das ist, glaube ich, die kleinste Übung. Weil Sand habe ich mittlerweile so viel. Zack. Gut. Gravel achtmal. Okay, auch Compressen. Ja gut, bei Gravel wird es schon, oder? Das ist Cobblestone. Ich glaube, bei Gravel könnte es schon schwerer werden, oder? Wir haben ein bisschen Gravel. Mal gucken. Noch ein bisschen Gravel. Hm. Weil ich glaube, Gravel war das, was ich selten abgebaut habe. Cobblestone, 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 okay. Da haben wir noch ein bisschen Gravel. Hm. Na gut. Wenn es ist, zur Not, baue ich nachher noch. Ach, äh, äh, in der Höhle noch ein bisschen Gravel erpfeilt. Da haben wir ja mehr Wege noch umlegen. Wenn es nicht reichen sollte, weil ich glaube, Waterstone, Cobblestone, Stone. Ne, ich glaube, Gravel, das ist, glaube ich, diese eine Sache, wo ich nicht genug habe. Weil ich das irgendwie dann schmärlich, äh, oder beziehungsweise, ne, gar nicht mehr so, äh, beachtet hatte. Ne. Ne, wir gucken mal, wie viel wir mal rauskriegen. Ich glaube, sieben. Jetzt habe ich meinen Compressed Coil, äh, Sandofen rausgeschmissen. Oh, ich bin manchmal. So. Okay, jetzt brauchen wir acht Nether Bricks. Okay. Ah, jetzt. Ah, okay. Wow. Okay, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Okay. Irgendwie war mir das fast klar. Ähm. Oh, meine, meine. Ähm. Nee, warte mal da. Das hat nicht reicht. Dann lassen wir gerade noch ein bisschen Netherback braten in der Zeit. So, weil dann können wir nämlich hier mal in der Zeit, äh, äh, Wir empfehlen. Oh, mir fehlt genau einer. Ist das euer Ernst? Na gut. Dann müssen wir gerade noch mal ein bisschen brutzeln. Zwei Bricks. Na gut, die Bricks soll ich irgendwo rumfliegen haben. Hier, eins, zwei. Da geht er mal raus. Die Goldcoins mal raus. Die Platten raus. Sodium, das. Das brauchen wir für den Decker. Dann haben wir den fertig. Ähm. Das mal raus. Das mal rausgeholt. Äh, Sandstein. 16 Stück. Naja. Habe ich glaube ich, glaube ich stackweise. Ach, 16. Naja gut. Auch das. Und acht Bronzeplatten. Hm, ich glaube da hapert es, glaube ich gerade. Oder, habe ich noch Kupfer. Haben es die Kupferplatte auf der Seite und nicht hier unten? Für ein 7. Ne, ich brauche Bronze. Gut, hm, so. Hm, so, acht. Jetzt brauche ich den. Ah, jetzt geht das wieder los. Das Gesuche. Wo habe ich denn meinen Hammer hingeschmissen? Meinen dicken Hammer. Hm. Da. Damit haben wir das. Jetzt brauchen wir nur noch genug Netherbricks. Und wir hätten erstmal das einer. Hm. Hm. So, der Soulstone, der läuft schön durch. Das ist gut. Das läuft mittlerweile auch gut, aber das wird noch nicht reichen. Bis gar nicht acht, ne? Hat man gesagt. Acht, okay. Ja, das haben wir ja fast. Wir haben es ja fast. Geht. So, in der Zeit können wir dann den Solium-Dust noch herstellen. Genau. Weil, ähm, noch mal vier. Ne, warte mal vier. Noch zwei. Damit wir den Solium-Dust haben. Weil, das fehlt uns ja zu... Sogar eins nur, ne? Sogar. Habe ich eben zwei gemacht. Macht nichts. Kann ich, kann nie verkehrt sein. Das Zeug braucht man eh immer mal wieder. So, und dann brauchen wir aber noch den... Den Stick hier. Müh-Stickl-Stick. Naja, der ist einfach... Ein Stick mit ein bisschen, ähm, Dings-Rings-Rum. Prosperity-T-T-Shirts. So, wo haben wir sie denn? Die Prosperity-T-T-Shirts. Quatsch. Beziehungsweise nicht die Prosperity-T-Shirts, sorry. Sondern meine Sticks. Oh je, diese ganze Ordnung. Ah ja gut, ich bin auch, naja gut. So. Vier davon plus einen Stick. Da gibt's... Ein Müh-Stickl-Stick. So, und den jetzt plus die zwei hoch. Ergibt den... Sodium Dagger. Oh. Gut, okay, ich weiß zwar nicht, warum der jetzt aus meinem Questbuch einfach... Mein Questbuch zugemacht hat. So. Okay, damit haben wir den Sodium Dagger. Mhm. 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 Ach so. Gut, wir kriegen einen Goldblock, wir kriegen noch einen Fäum und noch einen Kupfer. Cool. Gut. So, jetzt können wir nämlich auch den Zombie-Seed machen. Genau. Ja, dafür brauchen wir aber erst mal ein paar Zombies. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein paar Zombies klatschen müssen. Ach. Ach, jetzt gibt's die Wood- und die Stone-Essence auch wieder. Komisch. Letztens war die nämlich weg. Gut, weil dann könnte man nämlich jetzt auch mal die Wood-Essence und die Stone-Essence. Obwohl, die Wood-Essence habe ich doch. Aber die Stone-Seed, den machen wir uns mal. Obwohl, ähm, brauchen werde ich den nie, aber macht das nicht. Haben kann man den immer mal. So. Und zwar, der braucht wohl ein bisschen Stone-Essence. Ein Tier-1-Crafting-Seed, den ich wahrscheinlich nicht mehr habe. Natürlich habe ich den nicht mehr. Das war so eine Basing-Seed. Ähm, ja, und Seeds habe ich natürlich auch gerade gerne. Weil ich keine automatische Map-Farm, äh, Quatsch-automatische Map-Farm. Ähm, Dingens habe. Äh, vier. Nee, Quatsch. Blödsinn. So, was ist jetzt los? Okay. So. Und warte, muss ich aus. Einfach mal so. So, Crafting-Seed-Tier-1. Jetzt brauchen wir doch vier von denen. Machen wir daraus uns den Crafting- Achso, das war ja komplett, ne? Glaube ich. Na. So, damit haben wir den Crafting-Seed-Tier-1. Das Zeug hier in die Mitte. Vier Teile ringsherum. Und jetzt brauchen wir den Stone. Hm, nochmal hier. Und den anderen, den baue ich nachher einfach bloß nochmal ab. Bei denen habe ich ihn nämlich schon. Genau, jetzt hat er nämlich mir auch das. Und ich kriege so noch ein zweites Stone-Seed dazu. So, jetzt soll ich zehn Stone-Seed herstellen. Na gut, das geht. Äh, die Wood-Seeds Hardware, da kriege ich sogar noch einen dazu. Muss ich jetzt bloß kurz schlafen gehen, dann kann ich nämlich, ähm, das schon mal fertig machen. Dann ist das auch anledigt. Die Ice-Seeds, das wird immer noch, das ist immer noch so ein bisschen knifflig, aber auch das werden wir hinkriegen. Dann werden wir, wo es ein paar Maschinen mehr brauchen, später. Die werde ich aber jetzt, glaube ich, so schnell noch nicht so einfach herstellen können. So. Dann lasst uns mal gerade da rausgehen. Halt. Abermten, 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 abermten. Äh, du warst die Dirt-Essenz, du bist die Wood-Seed-Essenz, genau. So. So, die zwei Stone-Essenzen. Jetzt kriegen wir noch eine Wood-Essenz dazu, nicht wahr? Genau. Gut. Dann führen wir uns mal die zwei Wood-Essenzen wieder an. So. Und ich glaube, Wood kann ich sogar schon fertig machen. Weil ich nicht, sollte, glaube ich, genug Wood-Essenz haben. Äh, Wood-Essenzen, glaube ich. Ich grad mal gucken. Zack. Weg, weg. Das alles hier weg, das weg. Äh, das noch darin. So, wir haben 13, genau. Das sollte gepasst haben, genau. Da wollte er ja bloß einen neuen haben. Da kriegen wir noch sechs dazu, sehr schön. Und jetzt wollte er für einen Stack- Wow. Einen Stack-Wood. Oh. Naja gut, ein Stack-Holz, äh, ist, glaube ich, noch nicht ganz drin. 36, schau durch. Naja gut. Auch das kriegen wir doch hin. Dann muss ich halt eben ein bisschen... Oh, wow. Wir haben sieben. Jetzt sag mir nicht, dass ich nicht genug Netherwack dabei hatte. Ach, Gott sei Dank. Alter, ich hatte es schon gedacht, jetzt habe ich nicht genug Netherwack. Jetzt muss ich nochmal in Netherwack, nur damit ich das habe. So. Okay, wir haben jetzt den Sodium-Dagger. Der nützt uns jetzt gerade so erstmal nicht sehr viel. Wartet, das nicht. Block of Gold, den packen wir hier noch mit drin. Die Kupfer-Coins weg. Das Netherwack, naja gut, das packe ich wieder, keine Ahnung. Der da rein. Das Firely brauche ich noch. Sodium kommt hier hoch. Genau wie die Seeds, weil die werden wir da brauchen. Das brauchen wir jetzt gleich. Soulstone kommt da oben noch hin. So. Jetzt sollen wir ein Zombie-Seed erstellen. Ja gut, dafür brauchen wir aber erstmal viermal Zombie-Chunk. Dafür brauchen wir viermal normaler Mob-Chunk. Hä? Ja und wie kriege ich den Mob-Chunk? Ach, wahrscheinlich durch Mob-Skill, ne? Könnte ich mir vorstellen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur... Jetzt müsste ich ja theoretisch in die Höhle gehen und Zombies klatschen. Aber... Die Frage ist natürlich wieder, ob ich jetzt auch gleich auf die Schnelle tot Zombies erwische. Am Ende erwische ich wieder irgendwelche Skelette, wie ich es kenne. So. Egal. Wir machen jetzt erstmal den Eloi-Kiln kurz. Weil soweit sind wir und dann guck mal, warte. Und wir können jetzt natürlich auch den Crafting Seed Tier 2 erstellen. Um letztendlich auch langsam mal anzufangen mit Kupfer, mit Rubber, mit Kohle, mit Man-Will und mit einem Mystical Seed. Ähm... Jetzt muss ich aber gerade was gucken, warte mal. Ähm... Was wollte ich denn jetzt? Ach, gerade. Ja, stimmt. Ich wollte hier in der Quest-Linie weiter. So. Genau. Weil wir haben jetzt den Eloi-Kiln stehen. Äh... Beziehungsweise erstmal überhaupt die Dinger. Wir kriegen noch Potentium dazu. Das ist nett. Das ist nett. Jetzt sollen wir den Eloi-Kiln bauen. Die Kiln-Bricks sind... Ja. Etwas... Mh... 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 Kiln... Kiln... Kiln-Bricks. So. Und dann machen wir mal folgendes. Machen wir mal einmal so. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Damit haben wir nämlich das. Kriegen 26. 2 Blöcke auf Kohle. Und einen Gold-Coin. Weil das brauchen wir nämlich um Sandy-Glas herzustellen. Ähm... Wo packe ich denn mal zum nächsten den Killen hin? Ähm... Den packe ich jetzt hier hin. Weil hier stört er nicht. Und dafür brauchen wir jetzt auch noch den Hammer. Genau. Halt. So. Genau. Da könnt ihr jetzt nämlich ein bisschen Sandy-Glas herstellen. In der Zeit. Ähm... So. Die Dinger weg. So. Wir müssen dann gucken. Prudentium brauchen wir für die nächsten Tier 2 Seed. So. Wir gucken jetzt aber mal grad bevor wir das bauen, können wir denn hier schon was Neues. Blast Bricks. Aha. Und wir brauchen mehr Soul Dust. Oh je. Gut, dass ich genug Soul Stone geholt habe. Da hoffen das reicht. Wir brauchen normale Dinger. Ach wir brauchen auch noch Bricks. Wie viel Zeit machen? Gut. 27. Aha. Okay. Okay. Also das ganze 7 mal. Scheiße. Ähm. Mal gucken. Mal gucken ob das das wird. Äh. Das reicht nicht. Das reicht auch nicht ganz. Da fehlt mir einer. Da fehlt mir einer. Warte. Dann müssen wir mal grad noch ein bisschen Neatherrack. Können wir auch mal gleich brutzeln hier unten. Mh. 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 Mal gucken was. Mal gucken was die Kohl Compound soll ich machen. Äh. Sandy Kohl Compound soll ich machen. Sandy Kohl Compound muss ich herstellen. Stimmt. Ach man jetzt bin ich da. Oh Gott. Oder hab ich es hier drin? Also ich weiß ich habe. Äh. sendicol compound irgendwo noch gehabt unverarbeitet nur in welcher ecke ist das mal ganz so wichtig wenn ich es jetzt nicht finde clays müssen wir noch mal schmelzen geht er oben ist gleich durch so dann machen wir hier mal noch ein bisschen oder was hier ich weiß dass ich noch sendicol compound hatte zumindest dachte ich das so sein